Wenn uns einer gefällt und versteht uns nicht gleich, ja, was soll man da machen, sie ist heute meiner Treu. Ein Mann, der hat's leicht, ja, der redet einer nach und merkt's nicht heut, merkt's in 14 Tagen. Und merkt's nicht heut, merkt's in 14 Tagen. Er tut es parat, rennt mit Kopf gegen die Wand, aber dass er's nicht gespürt, macht er so mit der Hand. Und das Mälen gibt doch, dass er sich nur nix tut. Ja, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Ja, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Ja, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut, haben's gut, haben's gut. Und du nix als Bahnrinder kommen, kriegen wir einen Mann, tut's ihm nicht stark ergreifen. Er setzt sie ins Wirtshaus und schlopft sie seit Höfen. Und er setzt sie ins Wirtshaus und schlopft sie seit Höfen. Wir glauben, er verzweifelt, da war Österreich Kass, trinkt ein Höring und macht mit der Könnerin Spaß. Schaut ihm heimgehen, einer anderen, die hübsch und dann gut. Und die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Und die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Drillulie, lillulie, dillulie, 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 dillulie. Oh, der Mädel, die zweite oder dritte Amur, ist ihr Ruf schon verscheuert und nachher ist zu. In dem Punkt ist ein Mann gegen uns, reiner König, wenn der 50 Mädel nachschmiert, verschlagt ihm das wenig. Der 50 Mädel nachschmiert, verschlagt ihm das wenig. Auf so ein Hallodri hat man erst erschneid und Geschichtnis aus Liebnis und Geschichtnis aus Neid. Dass man sich um ein solch erst recht reißen tut. Der 50 Mädel nachschmiert, verschlagt ihm das wenig. Der 50 Mädel nachschmiert, verschlagt ihm das wenig. Zweig, Zweig!